Geier können riesige Flugstrecken zurücklegen. Ich möchte am Anfang von bedrohten oder weniger bedrohten Vögel reden. Weißgott! Hey! Weißgott! Und diese stürmische Welt ist natürlich nicht ganz einfach. Und es müsste natürlich dementsprechend ausgebildet sein, dass sie das auch mitspielen. Also Siegflieger, exerat. Und riesige Stürmer. Hey! Hey! Hau! Sie sagt, der Königspuss hat wieder aufgetaucht. Wie gesagt, Königspuss ist ein Sturzflugakropat. Leider haben wir ihn überlegt. Hau! Gut ist das, früchte! Guck. Du gehst hier. Du gehst hier. WAUU! Vielen Dank.